So, hier sind wir von Hermannsied 57 in Barneck-Nord, zwei Zimmer, eine schön geschnittene Wohnung mit toller Wohnküche, voll ausgestattet. Wir schlafen, wie sich hier oben hier der großzügigen Küche, Kühlgefühlkombination ist drin, Zeranhoffel, Backofen, großzügige Fenster. Gegenüber der Küche liegt das schöne Wohnzimmer mit zwei Fenstern. Ideal kann sich hier auch noch schön ein Schreibwisch aufstellen. Vom Wohnzimmer hat man Zugang zu dem Balkon in Sonnenlage mit elektrischer Markise. Dies ist über Schlafzimmer fliegen. Das Schlafzimmer, ab einem Beschnitt, bietet hier Platz, um einen großzügigen Kleiderschirm zu stecken, samt Wett auch hier ein schön großes, helles Fenster. Im Flur gibt es zur Linken noch eine kleine Kammer und haben hier rechts, neben dem Eingang, das tagesgelichtete Badezimmer mit Fenstern und Waschmaschineanschluss hier unten. Schön im Retro-Stil, ich werde aber nochmal attraktiv und mit einer passenden Leuchtung sieht das doch alles schon super aus. Das ist die gut ausgestattete Wohnung in zentraler Lage in der Masit 57C. Vielen Dank!